Vielen Künstlern hat in letzter Zeit das Publikum gefehlt. Das kulturelle Leben war stark eingeschränkt. Die Bühne Turtal hat mit Live4Life eine neue Perspektive geschaffen. Die Kunstschaffenden melden sich bei uns an und kommen dann einen Termin für unser Studio in Herisau rüber. Die Performance wird live übertragen und auf eine Online-Plattform gestellt. Musik, Tanz und Schauspiel treffen wieder auf ein breites Publikum. Die Zuschauer können für ihre Lieblings-Act-Vote und eine freiwillige Spende abgeben in einen Topf, der bereits Geld liegt. 80% des Gewinns werden anhand des Votingresultats abdeckt verteilt. 20% gehen an die Bühne Turtal. Sind am Ende z.B. 2'000 Fr. im Spendetopf und du holst 40% der Stimmen, bekommst du am Ende 640 Fr. Die Veranstaltungen sind am 6. Juni wieder erlaubt und unser Studio wird überflüssig. Wir würden uns aber über den Besuch von dir in der letzten Projektwoche sehr freuen. Live4Life – Es lebe die Kultur. 2.